Ja, herzlich willkommen bei dem Event von Thea Queen of Light. Heute beim Catch-a-Fyre in Selina Film. Ich knipse heute ein bisschen in der Gegend rum und freue mich total da zu sein. Es macht wahnsinnig Spaß. Thea leuchtet und strahlt wie noch nie. Ich bin total hin und weg und kann nur sagen, be the light!